Guten Morgen! So, wir sind soweit. Ich habe meinen Koffer schon gepackt, ich bin fertig und ich schaue jetzt mal wo Thomas ist. Ich glaube, der ist aber auch in den letzten Zügen, wenn man das so nennen kann. Schauen wir mal rum. Genau, zieht seine Schuhe an. Luna ist auch schon dabei, die war schon im Koffer, sie war schon auf dem Koffer, sie versteht natürlich, hier geschieht wieder einiges. Und nein Schätzlein, wir können dich leider nicht mitnehmen, das geht nicht, nein. Und wir haben alles vorbereitet, glaube ich, alles da. Hast du den Fahrer schon gehört? Ja, der ist da. Ist schon da, okay. Dein Kragen hinten ist schief. Okay, gut, ich glaube, dann können wir los. Ein herrlicher Morgen, ein wunderschöner Morgen, nach all dem Regen, als wenn die wüssten, dass wir heute verreisen wollen. Ach, verreisen, es ist ja nur ein Tag oder eine Nacht. Vielleicht bleiben wir auch zwei, wir gucken mal. Unser Fahrer ist schon da, wie immer sehr freundlich. Hoffentlich haben wir den richtigen wieder erwischt. Wir haben diesmal einen anderen. Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Und wir können uns fertig machen. Ich mache schon mal Türchen zu. Ich liebe solche Ausflüge. Man muss mal irgendwie wieder raus, mal was Neues tun, mal was anderes tun. Ich habe keine Ahnung, was in Bangkok alles offen hat und deswegen gehen wir da jetzt auch mal hin und schauen uns das an. Werden euch mal berichten. Wir haben so einiges vor. Ich habe nur die Befürchtung, dass vieles erst seit, oder ja, wieder mit dem 1. Oktober öffnet. Und das werden wir heute mal rausfinden. Wir konnten einfach nur nicht mehr warten die nächsten zwei Wochen. Also, los geht's. Hast du gefunden? Ok. Tür zu. Ist die auch zu? Genau. Wir müssen immer genau kontrollieren, dass alles abgeschlossen ist. Wir hatten leider schon Einbrüche gehabt, was nicht so toll ist. Und wir stehen jetzt und warten auch, weil ab und an brummt das bei uns. Und das wollen wir auch nicht haben. Achtung. Oh, da oben hat es sich eingezwängt. So, wir sind in unserem Stockwerk angekommen. Ich muss mich gerade mal schnell orientieren. wo ich hin muss. Hm. Ah, ich sehe. Unsere Zimmernummer ist 2824. Wir sind im 28. Stock. Genau. Ich nehme euch mal mit. Oh, das muss hier dieses Eckding sein. Der Thomas ist nämlich vorgegangen. Und ich klopfe jetzt mal an. Mal gucken, ob mir aufgetan wird. Hallo. 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 Guten Tag. Da steht er. Oh. Oh, lalala. Oh, das sieht schön aus. Ach, wie toll. Kühlschrank, kleine Sitzgruppe. Oh, wie nett gemacht. Hallo. Ja, das ist ja toll. Schöner Schreibtisch. Ihr seht mich da. Ich wind mal eben schnell. Zwei Äpfelchen haben wir. Und wir haben eine Begrüßung hier. Warte mal, ich gucke. Ja, wie nett. Oh, hier wird der Gast persönlich begrüßt. Hast du schon gesehen? Toll. Ein Fernseher auch vorhanden. Jetzt gehe ich mal weiter. Thomas, hast du dich schon umgeguckt? Ja. Was sagst du? Sehr schön, sehr schön. Ach nein, wie goldig. Ach guck mal, die haben uns einen Elefanten dahin gelegt. Ach nein, wie nett. Ja, du bist ja knuffig. So ein kleiner Elefant auf so einem großen Bett. Was ist denn der? Stoff. Hast Stoff gemacht. Süß. Oh, ich mag das. Das sieht hübsch aus. Bin schon wieder im Spiegel. Hallo Leute. Hier ist auch ein Fernseher. Schöne Ablage. Oh, und hier kommen wir ins Badezimmer. Oh, hey. Warte mal, ne? Ach nein. Guck nur, was die hier gemacht haben. Ist der aus Seife? Ein Badeelefant. Ein Badeelefant. Ja, hör mal, der macht meinen Tag. Der ist ja knuffig. Oh, das ist superschön. Das ist superschön. Ja, wie toll ist das denn? Eine schöne große Dusche. Ein Kosmetikspiegel. Ich bin happy. Oh, und guck mal. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Das muss ich euch nämlich wirklich sagen. Viele sparen schon enorm an diesen kosmetischen Sachen. Und hier haben wir wieder die Box mal voll. Ja, da freue ich mich. Aber Thomas, ach, hier ist die Toilette. Hatten wir nicht auch einen Balkon oder sowas? Ja, ich glaube, der ist hier. Warte, Moment. Ich folge mal meinem Mann. Der hat das bestimmt schon gefunden. Hast du es gefunden? Ja, mal gucken, wie es aufgeht. Okay. Oh. Ja, was ist das denn? Ja, sakura. Oh. Nee. Das gehört uns? Ja. Ehrlich? Ja. Mitten in Bangkok, in einem Hotelzimmer, haben wir einen privaten Garten. Das gibt es ja wohl nicht. Ich guck mal um die Ecke. Ich muss immer gleich gucken, was kann da noch sein. Kann hier jemand rein? Nein. Ah. Und hier ist dann das Badezimmer wieder. Guck. Ja, was ist das denn? Guck mal, kannst du einen Hund mitbringen? Na ja, müsste es halt alles sauber machen, aber es würde gehen. Ja. Wie fitze. So, jetzt muss noch die Aussicht. Moment, Moment. Leute, da steige ich jetzt hier drauf. Thomas hält mich fest. Nee. Sag mal, Thomas, wir sind doch hier in der Nähe der amerikanischen Botschaft wieder, oder? Ja. Hast du die gesehen? Die ist hinter dem Gebäude. Ah, dann sind wir ja ganz in der Nähe vom Oriental, wo wir letztens waren. Ja. Aber sage mal, wir hatten noch nie, wir hatten noch nie einen Balkon, oder? Doch, aber nicht so begrünt. Stimmt. Stimmt. Also das ist schön, das habe ich ehrlich gesagt so aufgeregt. Wie nett, wir kamen zurück und plötzlich sehen wir, dass wir noch mehr bekommen haben. Also das ist ja reizend. Wir haben sehr schöne Pralinen, die zwei Äpfelchen und einen Obstteller. Ach, wie nett. Also das ist wirklich toll. Ich finde das äußerst aufmerksam und ein persönliches Anschreiben dazu. Also die wissen, glaube ich, genau, wie man auch in diesen Zeiten oder gerade in diesen Zeiten sich eben Freunde macht. Und ich muss euch sagen, da ich so eine Schleckerlise bin, haben die tatsächlich schon Freunde mit mir gewonnen. Thomas, wir haben Pralinen bekommen. Der ist gerade im Bad. Ah, doch, er hat es gehört. Jetzt schaue ich mal, ob auch der Kühlschrank jetzt was drin hat, weil vorhin war nichts da. Ich gucke mal. Moment. Oh, tatsächlich. Ja, das ist ja super. Auch hier sechs Flaschen Bier und die Coke Zero, sehr schön Wasser und ich habe gerade gehört, so da gibt es auch noch. Also ich muss sagen, das ist toll und wir haben gehört, das ist im Preis included. Die gesamte Suite hier, sie nennt sich Terrace Suite, kostet insgesamt 4.990 Taibat. Ich finde, das ist für das, was wir hier haben, echt nicht zu viel. Da hat sich schon jemand sehr bequem gemacht. Ich störe mal nicht, ich gehe wieder. Wir sind nun in der Lounge und schauen uns das mal an, was hier angeboten wird. Einmal herzhaftes. Oh, dann Chocolat Swisswolli. Sehr lecker. Hier gibt es was mit Ente und etwas mit Vanilla. Und hier steht schon mein Süßer. Man kann hier wählen, was man dann haben möchte. Auch zum Beispiel Beverages jeder Art. Hier gibt es was mit der Nase und der Nase und der Nase. Und hier gibt es die Nase. Wir gucken. Vielen Dank. Guten Morgen. So, wir haben eine herrliche Nacht verbracht in diesem herrlichen Bett, oder? Wie geht es dir? Ja, man sieht mich da im Spiegel. Ach, das ist cool. Ich liebe solche Aufnahmen. So, und jetzt sind wir bereit. Wir gehen zum Frühstücksbuffet und zeigen euch mal, wie das Ganze aussieht. Wir haben keine Ahnung. Leider, es ist sonst immer im zweiten Stock. Und da gibt es ein riesengroßes Buffet. Und leider ist es jetzt halt so wegen diesen Zeiten. Wir sind jetzt im 29. Stock. Wir fahren also eins höher und gucken mal, was sich dort bietet. Okay? Okay, wir nehmen euch mal mit. Moment. So, ich bin gewappnet. Dann laufst du. Komm. Komm, 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 komm. Oh, ich habe schon wieder mein Handy an. Okay. Okay. Oh, hier. Oh, hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020